So, jetzt noch mal auf die Map gucken. Ja, ne. Ach, wir müssen die Autos erst erforschen. Ja, hab ich eingereiht. Alles gut. Alter, Stapler greift einem dann ernst? Mach dir das weg, ich will dein Auto haben. Alter. Aber dann wenigstens Inventarplatz. Ja, ja. Ne? Und so. Wie schaut's denn eigentlich mit den... Okay, da arbeiten so gut wie alle. Nice. Mit den Laboren. Hm. Niiiit. So, ich wollte es sagen. I know. Vielen Dank. So. Wer braucht alles nochmal Strom? Wer hat keine Kupferplatten dabei, um das zu machen? Wer hat zwei Daumen in die Schulter ran? Alter. Warte, ich hab ne Idee. Warte. 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 rote potions läuft das läuft kann ich noch irgendwas machen ich kann die ich kann versuchen die blauen potions zu bauen also ganz kurze info alle welle sind fertig und der nord und der west war sind auch vorbereitet für geschütze und munitionskreisläufe vom platz her aber der im osten da müssen wir noch ein bisschen holz hacken dann aber das machen wir glaube ich später ja erst mal haben wir jetzt eine vorwarnung wenn die in einer der mauern angreifen können wir zu der jeweils nächsten produktionsanlage laufen und das mal ein bisschen beschützen ja hier habe ich ja öl hier könnte ich perfekt kunststoff und schwefelehrstein für die bauern und machen ja multi dinger machen ja aber was ist mit dem oben was wir schon aufgebaut haben soll man nicht nur da gucken dass wir mal weitermachen ja ja zweimal 9.000 flüssiggas steht hier schon aber wir kriegen jetzt zeug von da oben nach unten um es zu verarbeiten ja wahrscheinlich brauchen wir dafür entweder uns hoch oder mit pipelines erst mal ja ja die sind voll noch was ist voll alles die tanks haben 9000 von 25.000 okay okay von mir steht gar nicht wieder insgesamt fassen kann ach doch da meine wenn man drauf klickt selber steht es nicht dran von den chemie fabriken brauchen wir vier stück dann können wir alle vier produkte bauen die es da gibt alles klar dann baue ich noch zwei aber behalte erstmal im inventar wir müssen mal gucken wenn man jetzt hier zum beispiel aha ok kohle ja festbrennen kann man rausnehmen ich glaube das ist effizienter als kohle brennwert 12 megajoule was hat kohle hat 4 megajoule alles klar kohle produktion welch schwefel dafür brauchen wir wasser wasser haben wir schon oben ähm wobei ok dann wechseln wir das einfach war dann kommt hier schwefel der braucht nämlich jetzt noch wasser von oben das kriegt er ja warte mal schon mal meine tausend rohre dafür ja in der 1 in der 1 bin die und für für das warte Wasser, Flüssiggas, na bitte, du kannst, du doch was. Wieso legt der nicht los? Ach, die, die, die Eingänge sind falsch rum, ja lol. Dann brauchen wir das. So, dann brauchen wir die Campfabrik, so, und dann brauchen wir das Wasser. So, dann brauchen wir die Kisten nur noch Strömchen. Was stellt jetzt der Schwefel, ah, jetzt stellt die Schwefel, wie kann man das denn lagern? Kiste. Genau. So, und die hier unten, die nehmen wir für das andere. Äh. Äh. Oder Teinstock. Genau. Tag, du sollst das bauen. Tag. Tag. So, erstmal. Und jetzt bauen wir nochmal zwei weitere Chemiefabriken. Habe ich schon. Ah lol, ja. Soll gehen. Ähm. Stell mal einfach eine ab, wo ich jetzt stehe. Also hier. Ja. So, wir brauchen als nächstes. Kunststoff. Schwefelsäure. Achso, Kunststoffstange. Dafür brauchen wir nur Flüssiggas und Kohle. Flüssiggas kriegen wir hier aus dem Tank. Ah, warte mal. Das kann der, glaube ich... Kann der das aus entweder oder herstellen? Nee, ne? Nee. Aha. Da hat er direkt. Jetzt braucht der Kohle. Ja. Ja. Okay. Äh. Ach süß, wir wollten ja eigentlich eben noch einen Kraftwerk bauen, ne? Wollt ich mir das? Ja. Soll wir hier nicht einfach einen Kohle ein bisschen abzwacken, die dann dahin geht? Ist ja sowieso dann direkt wieder voll. Ja, das sowieso, aber wir wollten ja auch einen Kraftwerk bauen. Ja. Wo bauen wir denn da einen Kraftwerk? Ähm. Ja. Also hier haben wir Kohle. Und ich wollte die hier, da war ich nämlich schon am Bäume hacken und sonst was, äh, nach rechts leiten, ans Wasser. Richtig schon durchspelzen, wa? Hä. 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 Äh. 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 Nun denn. Lasset uns beginnen. Eins, zwei, drei. So, da ist der erste. Hast du dafür alles oder so schon was herstellen? Ja. Ich hab alles schon. Eins, zwei, drei. So. Hm. Ähm. So. Äh. Dann ist das hier bestimmt auch. Warte. Warte. Hätte ich nicht am Loch hier. Na, warte mal. Ich muss das mal ein bisschen... So. Jetzt aber. Zack. 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 Meinst du, das hier können wir zuschütten? Das kleine hier? Klar. Haben wir dafür noch Landfill? Na, nicht viel, aber ich versuch's. Okay. Wow. Genau. So. 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 Ich glaube, ich muss gleich erst mal meinen Stuff unten aus der Kiste holen. Was brauchst du denn? Alles. Förderbänder, Weichen, die Extraktoren. Ich muss gleich ein bisschen mehr die Kohle anzapfen. Okay. Ich muss gleich ein bisschen mehr die Kohle anzapfen. Ich muss gleich ein bisschen mehr die Kohle anzapfen. Die Kraftwerke sind bereits. Die brauchen nur noch Strom und Kohle. Also, die brauchen nur noch Startstrom und Kohle. Das meine ich damit. Ich gehe jetzt mal zu meiner Truhe. Ich komme mit dem ganzen Scheiß wieder rauf. Und dann, ja, passt. Ich kann ja in die Dinger ja schon mal diesen Brettschiff rein tun. Ja, natürlich, klar. Ich habe gerade mal geguckt, für die blauen Potions brauchen wir mal Kunststoffstangen und Schwefel. Ich liebe diesen Anblick, wenn hier alles einfach zu ist, ne? Ja, ich blicke ja nicht mehr durch. Wenn ich da jetzt wieder hingehe, dann fasse ich da nichts mehr an. Ich brauche nur noch neu. Wieso muss ich noch meinen Scheiß am Arsch der Welt platzieren? Frag mich doch was Leichteres. Zum Beispiel, wie die Nottozahlen sind. Oh, oh, oh. Aha, guck mal, rechts unten. Alles klar, ich gehe da mal hin, wa? Wie rechts unten? Äh, Ostwall. Oh. Ich habe gehört, ich schiebe da wieder mit.